Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir zusammen Pfannenbrot. Jawohl, Brot aus der Pfanne. Eigentlich könnte man auch sagen, wir machen heute Fladenbrot, doch weil die Form der Brote heute etwas kleiner und dicker wird, wir Hefe verwenden und den Teig in der Pfanne ausbacken, nenne ich es einfach Pfannenbrot. Fladenbrot ist ein sehr einfaches Brot, das im Wesentlichen aus Mehl und Wasser besteht und dessen Teig in der Regel ungesäuert und mit einigen Ausnahmen ohne Hefe zubereitet wird. Da ein solcher Teig, also einer ohne Hefe, nur sehr wenig aufgeht, wird er in dünnen Fladen gebacken. Die fertigen Brote sind dann nur Millimeter bis einige Zentimeter dick. Fladenbrot ist die früheste Entwicklungsstufe des Brotes und direkt hervorgegangen aus dem ältesten Getreiderezept, nämlich dem Brei, der seit Beginn des Ackerbaus bis heute weltweit zu den wichtigsten Gerichten zählt. Die Ägypter und Sumerer kannten Fladenbrot, also auf Stein gebackenen Getreidebrei, mindestens seit dem fünften Jahrtausend vor Christus. In Europa ist die Herstellung von Fladenbrot aus Hirse, Gerste und Weizen, teilweise vorher geröstet und grob zerquetscht, aus dem dritten Jahrtausend vor Christus belegt. Fladenbrote sind weltweit in allen Ackerbauenden Kulturen bekannt und sind auch heute die am weitesten verbreitete Zubereitungsart von Brot. In Indien und Pakistan sind Fladenbrote in vielen Varianten bekannt, wie zum Beispiel dem weichen, dicken Naan, dem dünnen Chapati, dem mit Butter gebackenen Paratha, Puri aus Vollkornmehl und dem meist stark und scharf gewürzten, hauchdünnen Papadam. Arabische Fladenbrote sind meist sehr dünn und bestehen nur aus einer Ober- und Unterkruste und können daher zu Taschen geöffnet werden, welche man dann mit Fleisch oder Gemüse füllen kann. Sie enthalten gewöhnlich eine Prise Zucker, um die Hefe besser vorquellen zu lassen. In der Türkei und im Iran, wo das Brot noch traditionell an der Wand des Backofens auf Kieselsteinen gebacken wird und den angrenzenden Ländern gibt es neben diesen dünnen Broten auch mehrere Zentimeter dicke Fladenbrote aus Hefeteig, die in der Türkei als Pide bekannt sind. Die griechische, etwas dünnere Variante heißt Pitta. Auch in Israel ist Pitta heute die beliebteste Brotvariante. Die Matze ist ein besonderes Fladenbrot für das jüdische Pessachfest. Daraus entwickelte sich auch die Hostie, die in den westlichen Kirchen zum Abendmahl benutzt wird. In Italien entstand aus dem einfachen Fladenbrot wie Focaccia, dann später die Pizza und regional auf das Gebiet der Romagna beschränkt die Piadina. Im Alpenraum hingegen hat es sich als Schüttelbrot oder Winschgauer erhalten. Aus Schweden stammen das Kneckebrot, das Thunbröt und das Hönö Karkor. Das ist wohl auch sowas wie ein Kneckebrot. Und in Island kennt man zweierlei Formen des Fladenbrotes. Das ist zum einen das nur in der Weihnachtszeit erhältliche in Schaftalg frittierte Blätterbrot oder Laubbrot. Dieses ist sehr kross und zerbrechlich und wird mit aufwendigen Mustern verziert. Und dann gibt es noch das Fladbrot. Ja, das heißt tatsächlich so. Das ist ein sehr geschmeidiges Pfannenbrot aus grobem Mehl, das gerne für Sandwiches benutzt wird. In Norwegen wird zwischen dem weichen Pfannkuchenartigen Lefsa und dem dünnen zerbrechlichen Fladbrot unterschieden. Das Volk der Sami stellte traditionell das weiche Fladenbrot Gakko in der Strahlungshitze eines offenen Feuers her. Aus Amerika sind vor allem die dünnen Tortillas aus Mais oder Weizenmehl bekannt und in Äthiopien werden Gerichte auf dem weichen Fladenbrot in Jera verteilt und mit den Händen gegessen. In Chile ist Halula ein rundes Weizenbrot aus Weizenmehl, Backhefe, Milch, Wasser, Speisesalz und Butter. So, jetzt sind wir, glaube ich, die ganzen Brote der Welt durchgegangen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches Brot euer Favorit ist. Und dann kommen wir auch schon zur Zubereitung unserer eigenen Abwandlung des Fladenbrotes, nämlich dem Pfannenbrot. Und die Zubereitung, die zeige ich euch jetzt. Für unser Pfannenbrot brauchen wir gar nicht viele Zutaten. Wir benötigen 500 Gramm Weizenmehl, einen halben Würfel frische Hefe, einen Teelöffel Salz, 270 Milliliter lauwarmes Wasser und 100 Milliliter Sonnenblumenöl. Genauso einfach wie die Zutaten ist auch die Zubereitung. Ich mische hier dunkles Mehl und helles Mehl, also ich gebe die Hälfte Vollkornmehl in den Teig. Danach gebe ich das Salz und das Öl dazu. Und dann mache ich in der Mitte eine kleine Mulde und gebe da die Trockenhefe rein. Ja, ich weiß, in der Zutatenliste steht frische Hefe. Man kann aber auch genauso gut Trockenhefe benutzen. Wenn ihr Trockenhefe nehmt, dann nehmt ein ganzes Päckchen. Wenn ihr frische Hefe benutzt, dann einen halben Würfel. Dann gebe ich das lauwarme Wasser in die Mitte zur Hefe in die Schüssel und verrühre alles mit einem Handrührgerät. Wenn der Teig dann kompakt ist, nehme ich ihn aus der Schüssel und knete ihn nochmal für einige Minuten auf der Arbeitsfläche. Ihr müsst die Arbeitsfläche auch gar nicht mit Mehl bestäuben, weil in dem Teig genügend Öl drin ist, damit der Teig nicht an der Arbeitsfläche kleben bleibt. Der Teig sieht zwar schon recht kompakt aus und er ist auch schön glatt, aber man sollte ihn trotzdem einige Minuten kneten, damit sich das Gluten schön lösen kann und unser Pfannenbrot nachher eine schöne Struktur bekommt. Der Teig kommt dann in eine Schüssel und wird mit einem sauberen Küchentuch abgedeckt. So kann er eine Stunde gehen. Ich habe ihn jetzt mit Frischhaltefolie abgedeckt, damit man gut erkennen kann, wie schön der Teig aufgeht. Nach einer Stunde ist der Teig schön aufgegangen. Ich bemehle jetzt die Arbeitsfläche und gebe den Teig darauf, knete ihn nochmal durch und forme dann 10 Kugeln daraus. bis zum Schluss auf has kommen. Ich habe versucht, geradeuften 손 von stationary Stuttgart auspстве und Das war auch bei mir! Ich habe gesagt,, Kid Eberhydrate es mit Dirk unterwegs. Die Teigkugeln sollten jetzt noch 10 Minuten ruhen, so können sie nochmal ein bisschen aufgehen und dann gebe ich ein wenig Öl in eine Pfanne, lege die Kugeln rein, drücke sie ein bisschen flach und brate sie auf beiden Seiten für einige Minuten goldbraun an. Man kann das Pfannenbrot in jeder erdenklichen Form und Dicke herstellen. Hier habe ich ein Stück genommen und habe es ganz flach gedrückt, wer es lieber flacher mag, kann das natürlich so auch machen. Und fertig ist unser Pfannenbrot und ich wünsche einen guten Appetit. Die Zutaten für dieses Rezept stehen wie immer unten in der Infobox. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare und lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Ich freue mich sehr, euch nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Habt bis dahin eine gute Zeit. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.